Okay, es geht los. Schönen Sonntag wünsche ich euch. Wir haben heute sechs Blöcke. Jeder Block enthält drei Übungen. Wir wiederholen diese Übung dreimal. 30 Sekunden jede Übung. Wir starten mit einem fixen Walk-Up. Los geht's. Viel Spaß. So, locker job. Nimm die Arme locker mit. Nimm die Arme nach oben. Baugnabel ist fest. Zieh die Knie so langsam nach oben. Die werden etwas größer. Wir wechseln immer zwischen Bein und Bauch in jedem Block. Knie so langsam nach oben. Knie leicht nach oben. Vier nach. Drei nach. Zwei mehr. Knie leicht nach oben. Vier nach oben. Vier nach oben. Drei nach oben. Zwei mehr. Knie leicht nach oben. Noch einmal Jumping-Jay. Let's move. Wir werden so langsam mal an der Pult steigen. Ja, noch 40 Sekunden. Noch vier. Die letzten drei. Zwei noch. Komm in den Squat. Ganz langsam. Bauchnabel ist fest. Komm. Push. Push. Okay. Eure letzten 20 Sekunden hier zum Durchatmen. Acht. Sieben. Punkt fest. Sechs noch. Fünf. Vier Locken. Drei Locken. Zwei Locken. Und Marsch und Marsch. Komm. Übung Nummer eins. Squats. Breite in. Kennt ihr, ja? Es geht los. Drei Sekunden. Übung Nummer eins. Wir werden die Oberschenkel warm. Chi. Versuchen die beiden, beide, beide, beide gebeugt zu lassen. Fünfzehn. Wir kommen noch hin. Erster Block. Vier und halb Minuten im Squat. Das schafft ihr. Vier. Drei. Drei. Zwei noch. Und Squat Jump. So viele wie du schaffst. Komm. Zieh durch. Wenn du noch nicht warm genug bist, machst du erste Runde ohne Jump. Schau, was geht. So viele wie du schaffst. Zieh dich nach oben. Komm. Hopp. 20 Sekunden hier. Halte durch. Es sind zehn Sekunden. Hup. 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 Sechs. Komm. Vier. Drei. Zwei. Und wir bleiben hier. Halte. 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 Einfach noch halten. Erste Runde habt ihr. Drei Minuten noch für die Wand. Hup. Zwanzig Sekunden. Komm. Vier. Drei. Drei. Langsam mit zwei noch. Vier. Drei. Eins. Und locker. Komm. Spur zur Seite. Mitte. Zur Seite. Okay. Lassen Sie die Beine. Okay. Lassen Sie die Beine warm. Push. Halte durch. Komm. Spür die junge Shake. Ich weiß, es brennt. Ihr habt noch 15 Sekunden hier. Runde Nummer zwei läuft. Es sind nur noch zweieinhalb Minuten. Vier. S voorst. Vier. Dez. Zwei. Z allyvenkot. Wordjunks Noem. glaubst du's schaffst. Hup. Sellig nach oben. Runde zwei. Halte durch. J digestion pass. J輕. Ja. Fünfkotterigung noch. Die pastiken máos. Jaxan. Immerprestein shebenstörungen. Gernstторовigung Nieku. Zwei mehr. Noch zwei. Zwei. Und lock. Halt. Bring den Puls wieder runter. Spür die Kraft in den Oberschenkel. Das wird brennen. Halt. Halt. Oberschenkel werden warm. Wir haben nur noch einen Durchgang. Vier. Halt. Drei. Halt. Vier. Zwei. Noch zwei. Vier. Drei. Okay, letzte Runde. Anderz, halb Minuten. Halt. Puppe tief. Baulabes fest. Schieb den Puppe zurück. Tief. Zwanzig Sekunden. Finale Runde. Nach dieser Minute kriegst du dreißig Sekunden Pause. Vier. Drei. Zwei. Noch einen Durchgang. Einer noch. Vier. Drei. Zwei. Jump. Los geht's. Cheat. Ach, die letzten 30 Sekunden. Abzündung. Halt. 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 Danach kriegt ihr eine Pause für die Beine. Der Bauch ist danach dran. Fünfzehnung. So viele Widerschafts kommen. Vier. Drei. Zwei. Zwei. Und locken. Und locken. Squad. Letzte 30 Sekunden. Okay. Einer noch. Dreißig Sekunden. Zehner beißen. Huh. Saug den Bauch. Habe ich Fels. Komm, wusch die Spitz zurück. Es sind die letzten Sekunden. Zehner. Zehner. Für drei. Für zwei. Eins. Oh, was lösen. 30 Sekunden Zeit. Zwingt was. Kurze Pause. So, sag ihr mal. Nächste Runde, dann haben wir was für den Bauch. Huh. Okay, warte ich mal. Zehn Sekunden noch. Erste Runde Mountain Climbers. Dein Tempo. So viele wie du schaffst. Danach gehen wir auf den Rücken. Los geht's. Tempo. 30 Sekunden folgen. Rett. Flick. Rett. Flick. Halt durch. Zieh die Knie zum Brust. Bauchnabe ist fest. Schultern sind über den Handgelenk. Zehn Sekunden noch. Drei noch. Zwei mehr. Einer noch. Und locken. Gute Trunches. Komm. Deine Elbungen bleiben schön weit außen. Lange als Blöcke geht zur Dicke. Wenn du mehr machst, ziehst du die Knie mit auf. Und streckst die Beine. Schau, ob du es im unteren Rücken halten kannst. Sonst lässt du die Beine ziehen. Drei Sekunden. Atme aus, wenn du hochkommst. Aus. Sehr gut. Diabonale. Diabonale. Wenn du magst, hältst du beide Beine in der Luft. Etwas anspruchsvoll. Komm, komm. Fusch. Halt durch. Atme aus. Rotation im Oberkörper. Komm. Hup. Hup. Okay, die letzten Sekunden laufen. Laufen, klein was. Folgendes. Komm. Zieh. 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 Dreißig Sekunden. Rund Nummer zwei. Läuft schon. Push. 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 Wir haben 15 Sekunden. 14 Sekunden. Halt durch. Komm. Vier mehr. Drei. Zwei. Letzter. Komm wieder auf den Rücken. Sit up. Push. Atme aus. Komm hoch. Drei Sekunden. Bleib hier. Wähle deine Variante. Zieh die Knie an. Und streng. Push. Okay. Runde zwei. Habt ihr gleich geschafft. Ich spür die Bar. Wo es geht. Siebten. Push. Vier. Ausstuhl. Wechsel. Weg. Los. Diagonale Crunches. Diagonale. Wenn du mehr magst, schlägst du die Beine. Stehen. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Aufrufe. Es ist euer letzter Durchgang. Allerzeitlichenn. Für die Bauchmuskel. Machen klein was. Schräg im Punkt. Komm! Gewonnen! Letzte Runde hier! Komm, zieh durch! Zwanzig Sekunden! Zwick, 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 zwick! Acht, sieben, sechs, Finale! Fünf, vier, drei, 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 komm! Vier, drei, zwei, eins, roll up! Crunches, los geht's! Ruhe die Kräfte aus dem Bauch! Atme aus, komm! Hopp! Und streck! Außer! Halt die Baume um den Axt auf zehn Sekunden! Eure letzten Sekunden! Vier, und die Erbe noch! Die letzten 30 Sekunden! Nächste Runde gibt's ja was für die Beine! Und dann habt ihr schon die Hälfte geschafft! Komm! Hopp! Hopp! Zehn! Vier! Drei! Zwei! Eins! Und lösen! Drei Sekunden Zeit! Trink ruhig was! Und danach lange wieder stehen! Und komm zu den Beinen! He." Die nächste Runde! Zehn Sekunden! Wir haben Ausführschritte! Drei B pappen tief Hampt, wechseln! Vier, drei, zwei, los geht's! Eins, zwei, drei, elf, zum MAL! Komm! Drei Sekunden hier! 1, 2, das sind dreckige Knie ist in der Luft. 1, 2, 3. Wenn der Trump nicht geht, machst du es ohne Trump. 3, 2, 1, 2, wechseln, komm. 3, 2, 10 Sekunden noch hier. 3, 2, 1, 3, 2, 1. Letzte Runde. Okay, komm auf deine Matte. Wir springen nach vorne. Squat, in den Liegestütz und wir wandern zurück. Squat, Liegestütz, Hände zu den Füßen. Squat. 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 Letzte Runde. Komm hinter die Matte. Squat, Rotation im Bauch. Bauch muss gemütlich sein. Squat. 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 Agro, die Rotation. Aus dem Bauch muss gehen. Entgegensetzen, Knie und Elbogen. Berühr dich. Fünfzehn Sekunden. Fünfzehn Sekunden. Fünfzehn. Wir haben nur noch zehn Sekunden. Vier. Drei. Zwei. Letzte Runde. Und auch die Matte. Aus dem Bauch. Aus dem Bauch. Und wechseln. Eins, zwei, drei, Elbogen. Zwanzig Sekunden noch. Fünfzehn Sekunden. Eins, zwei, drei, Elbogen. Eins, zwei, drei, Elbogen. Eins, zwei, Letzte Runde. Und auch die Matte. Zwei, zwei, drei, Elbogen. Zwei, zwei, drei, Elbogen. Liegestütze. Zwanzig Sekunden. So viele, wie du schaffst. Zwei, zwei, Elbogen. Zwei, zwei, Elbogen. Letzte Runde. Und runterzuholen. Und. Zwei, Elbogen. Fett. Huch. Atem. Runde. Zwei, Haken. Huch. Sieg. Sieg. Atem. Kina, alle Runde. Jede Übung, nur noch drei. Sekunden. Vier. Drei, zwei, wir haben die Außenschriften. Und eins, zwei, drei, elf, schau. Halt, du kommst. Eins, zwei, drei, und wechseln, komm. Eins, zwei, drei, mit Schau oder ohne. Schau, was geht. Eins, acht, zwei, drei, acht, zwei, letzte Runde. Eins, zwei, Sportschamp auf der Masse. Tremble, komm. Zwanz. Fünf, zwanzig, komm. Eins, schau, flimmer. Oh, noch mal. Asi, Squall, Rotation, wechseln. Okay, and the last, gleich, sickerlaufen. Da, ist der Bauch wieder dran. Hupsch. Hupsch. Asi, ich will die Knappe in den Hoheschen. Halt, du kommst. Fünf. Zwanzig, zwanzig, komm. Vier. Vier. Hupsch. Swans, land. Okay, tinkbar. Nächste Runde. Super. Wir kommen auf den Runde. Variante 1 Entweder bleibst du hier in der Roll-Ips 294, es ist auch noch halbiert Kommst du nach oben Und jetzt geht's Und jetzt geht's Roland mit Feather Bruder ohne, wie du machst Schau, was du machst Und noch 6 inzwischen 4 3 2 Kommen in die Leg Freaks Hier 4 3 4 5 5 5 7 7 7 8 8 7 8 8 9 9 10 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 11 11 11 12 11 12 15 14 4 Und roll it! Nicht den Baum, oder ohne! Ganz wichtig, wenn du tief kommst! Hol die Kraft aus dem Bauch! No one knows what you're pulling up to the bed Pulling up to the bed Pulling up to the bed Komm, Endspot! Stop! Nach oben, wenn du magst! Wir bleiben schiefen Längen Schiefen Und Schiefen Zieh die Schulter mit deinem Nacken Unterrücken, fest am Boden Schau, dass du linke zurückwollt Ansonsten, linke zu den Beinen, anrucks den Fersen Nächste Übung Beißen Anrucks Rotation Seitliche Bauch, wir werden trainiert Komm! 8 7 7 6 5 4 5 5 2 5 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 6 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 4 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 5 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 10 10 11 11 11 10 12 13 13 13 13 14 14 14 15 14 15 15 15 15 15 15 Die letzten anderthalb Minuten, hier für die Beine, im Start. Vier. Ta-da. In dem Moment haben wir eine Kombi für die Beine und für die Bauch. Der letzte Kardiator, komm! 15 Sekunden. Und der letzte Sekunden die Hallye. Fünf. Svon. Birbees. Da unten, als die Eulereratsstikonen hier, komm! Swap! 3 Sekunden 2 Sekunden 1 Sekunden Lass uns den Schammer füllen Schnell 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 Wir haben noch 4,5 Minuten Gleich für die Baupunkt Jetzt Arm hoch 4,3,2 Lang 30 Sekunden Pause Und dann gehen die letzten 4,5 Minuten An die Baupunkt An die erste Übung Jetzt sind wir noch einmal Marken-Timers Kleine Kombination Wir marschieren rechts nach vorne Links nach vorne Und Jump Jump March March Jump March 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 Die nächste Übung sind auf den Brücken Noch einmal Jump Komm auf den Brücken Füße nach oben Hier, die eben noch Die eben noch Zwischen Zwei Z di passo Zwei Zwei An Tem Este Du Du Wir kommen jetzt mal! Das war's gleich mitmachen! Sonntags kurzer nehmen wir den Kiel. Los geht's! Rennstiliebung! Wir haben dann noch drei Minuten. Rennstiliebung! Los geht's! Push! Push! Und wechseln! Jump! Jetzt noch drei Minuten. Geht immer noch zweimal! Jump zweimal! Und wechseln! Jump! Auf den Brücken! Schieb die Füße nach oben! Diagonal! Diagonal! Schieb die Füße nach oben! Skal das mal! Cauch! Schieb die Füße nach oben! Nach oben bist du jetzt! Jede Übung, ein letztes Mal. Schau, dass du hier nicht ins Hohlkreuz fällst, sonst bringst du die Fersen zu. Acht, sieben, sechs, fünf, und letztes Mal. Einmal. Letztes Mal. Geh alles, was du hast. Nächste Job. Geh alles, was du hast. Geh alles, was du hast. Geh alles, was du hast. Schau, weg, schau, weg, und weg. Komm, ein, zwei, und schau. Weg, schau, drei Sekunden. Ein, schau, wieder. Drei Sekunde, schau, nicht mehr noch mehr. Es geht noch, du rückst. Die haben noch, komm. Hag ist in eure letzten 30 Sekunden. Drei Sekunden. Admeln auf den hochk rud technology. Wir hatten noch 40 Sekunden. Ein, zwei, drei, sechs, komm, ganz lecker! So, geht durch, es fängt! Und locker, komm auf den Bauch, in den Vierfüßballstab, einmal zieht vor, stift dich hoch, hinter die Matte, atmet einmal tief auf, und aus, locker in die Knie, ihr habt es geschafft, schließt die Füße, macht euch ganz lang, das war's für heute, ich hoffe ihr habt Spaß, wir sehen uns nächste Woche wieder, bis dahin.